Das kleine Messer, der weiß. Er muss das Ding hier am Schießband ziehen. Und da ist an der zweiten Zwischenzeit. Und wie hier mit der Haarnagelkurve, wo es dann nach der Kurve wieder runter geht. Zwischendem Stadion, dort unten links. Neben der große Schießband und die große Zerbühne. Bei Stadion ist das in Oben zu sehen. Die Jemplan-Haria. Die Jemplan-Haria. Das Bild hatten wir schon einmal identisch. Das Bild vor dem dritten Schießen. 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 Das Bild vor dem dritten Schießen.